einen wunderschönen guten abend euch allen zusammen da bin ich wieder heute gibt es wieder celeste hatten wir ja schon so ein paar tage nicht mehr nicht wahr hallo alex hallo freestyle hallo anderen lurker die auch schon da sind und lurken ich muss ja mal wieder zuletzt spielen wenn ich morgen einen race habe ne mal gucken wie das noch so läuft ob ich das überhaupt noch kann mal sehen mehr als schief gehen kann es ja eh nicht nicht wahr schauen wir doch mal auch mal gucken ob noch überhaupt alles funktioniert weiß man ja nie so genau nicht wahr lasst mich das doch so schon mal machen denn das spiel noch mal in vollbild wieder und da würde ich sagen fangen wir doch mit dem ersten run noch und 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 danke freestyle oh Untertitelung des ZDF, 2020 Das war fast ein bisschen früher an der Wand hochgesprungen, wenn ich noch fast unter der Decker gelandet. Zumindest sah es so aus. Fand ich jetzt. Jetzt sieht es noch so aus, als ob ich es noch kann, nicht wahr? Ah, das war ja auch noch einfach. War ja erst der Anfang. Hallo Zylo, schönen guten Abend. Das war zu früh. Wieso? Wäre wahrscheinlich schneller gewesen, jetzt eben gerade einfach zu dem Spiegel hinzugehen, aber das wäre ja langweilig, nicht wahr? Einmal landen, ja. So kann man das natürlich auch machen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen, das war ein bisschen hochgeflogen, aber das ist voll okay. Habe ich noch nicht mit gerechnet. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Pass auf jetzt, es lässt über eine Woche, nicht über einen Monat, genau. So lange ist mein letztes Race noch nicht her. Es lässt über anderthalb Wochen oder so nicht mehr gespielt und bis jetzt läuft es doch noch ganz gut. Ich habe nichts verlernt offensichtlich. In den ersten beiden Kapiteln. Das war ein Corner Boost, den ich nicht machen wollte. Ups. Wo ist mein Dash? Schon mal zwei Sachen abgehakt, die man sonst so in Runs hört. Erstmal nicht. Lässt dir noch ein bisschen Zeit damit, ja. Ups. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo ist mein Dash? Na geht's doch. Mal eben ein paar Tode gefahren. Brauchen wir die in späteren Leveln nicht mehr machen, ne? So funktioniert das doch, oder? Oder? Was du strukturierst um, aber Menschen mögen doch keine Veränderung. Wie kannst du nur? Wie kannst du nur? Wie kannst du nur? Äh, gehen wir noch mal in den Raum rein. Wow. Okay. War ja jetzt auch nicht so ernst gemeint, nicht wahr? Muss halt auch. Manchmal muss Veränderung halt auch sein, nicht wahr? Oh mein Gott. Ähm, ja. Es war auch gerade sehr interessant, der Raum, in dem ich gestorben bin. Oh mein Gott. Ich habe den einen Dash-Kristall gar nicht benutzt. Haben wir einfach mal ignoriert, weil ich zu spät gedasht habe. Ich habe eine Frage, die Bärkne betraut, wenn man das bitte macht. Wir haben die Bärkneし, die Bärkne beredet. Okay, laufen wir einfach in den Raum hier rein. Das ist auch voll okay. Oh mein Gott. Können wir da hoch? Ah, das ist schlimm. Nein. Ja, so sollte das gerade schon aussehen, na? Ich wollte den ersten Dash-Kristall auch noch haben, eigentlich. So viel Improvisation schon wieder. Oh, der Corner-Boost. Warum? Noch einer. Verdammt, hör auf damit. Ich will die jetzt gerade nicht. Aha. Madeline, please. Wow, war das furchtbar. Siebzehn Tote. Ja. Nice. Nice. Oops. Oops. Das war nicht ganz die Strat. Das war nicht ganz die Strat. Sollte schon ein Reverse-Hyper werden. Aber er hatte wohl gerade beim ersten Mal keine Lust. Sollte schon eine Strat. Sollte schon eine Strat. Sollte schon eine Strat. Oh Gott. Das ist noch in Ordnung. Okay. Okay. Sollte schon eine Strat. 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 Der kommt doch jetzt hier ganz rüber. Naja. Aber nur so weit, dass ich einfach auf ihn drauf springen konnte. Äh, warum habe ich da so früh gedasht? Der Raum sollte... Hier sollte ich eigentlich nicht mehr mal sterben. Naja, passiert. Ja. 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 Das war's für heute. Das war grad aber kein Ultra-Dash. Geh du mal weg. Ich hab Theo nicht in der Luft gefahren. Das war's für heute. Aber so insgesamt doch zumindest auch ein ordentlicher Tempel, würde ich sagen. Es sind auch so Kleinigkeiten wieder, aber ja, passiert. Solange nicht nochmal ein Kapitel so schlimm wird wie Kapitel 3 in dem Run hier gerade, dann ist alles gut. Das war's für heute. Sehr gut geflogen. Vielleicht eine bisschen größere Kurve um den Stachel drumrum. Das wäre direkt ganz gut gewesen. Ich war zu schnell. Oder ich hab nicht richtig nach unten festgehalten. Eins von beidem. Ich glaube eher Letzteres. Einfach nur mehr nach rechts als nach unten gedrückt. Gehalten. Wie auch immer. Ich wollte nicht so weit runter, wie ich eigentlich wollte. Ich bin nicht so weit runter, wie ich wollte. So. Ich sollte einfach nicht mehr versuchen zu reden. Das funktioniert grad irgendwie nicht. Da kommt nur Mist bei rum. Ich bin nicht so weit runter, wie ich bin. Ich bin nicht so weit runter, wie ich bin. Ich bin nicht so weit runter, wie ich bin. Geld. Ich gucke nach dem Kapitel, wer das war. Gib mir ein paar Minuten. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank dafür, wer das auch gewesen ist. Äh, da wollte ich nicht hin. Nee. Ja, da wollte ich nicht hin. Ja, da wollte ich nicht hin. Oh, das war schön geflogen. Das war schön geflogen. Ich würde sagen, oh. Immer wieder gerne. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Dann lass es dir schmecken, Freestyle. So, und wir treten jetzt den Summit in den Hintern. Dann lass du es dir auch schmecken, Katzenmensch. Und bis dann mal wieder. Danke. 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 Das war's. Das war's. Ich sollte vielleicht nach dem Sprung da auch schon noch ein bisschen in die Richtung von dem Block halten, dass wir auch da dran kommen, ne? Und nicht einfach mitten in der Duft hängen bleiben. Würde helfen. Oops. Ah, verdammt. Das war's. 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 Oh mein Gott. Das war ein bisschen früh. Jetzt werden wir mit dem Kopf unter die Säule drunter gestoßen. Das war auch super. Nicht. Das ist nicht so, wie ich den Raum anfangen möchte. Ah, verdammt. Das war auch nicht richtig. Oh Gott. Ich hasse diesen Raum. Der ist so... So will ich den anfangen. Genau. Du meinst, die Races gegen Flatterby? Die waren halt schon echt gut. No? Das ist, weil die alle teilweise einen Stock im Arsch haben, wenn die mit sowas ankommen. Weil ich mich da gar nicht dran erinnern kann, dass das... Reden wir jetzt von demselben Race? Ah, das war mir. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube nämlich nicht. Oh, ich habe beim ersten Race so gar nicht auf den Chat geachtet. Ah ne, warte, ich habe von dem ersten Race ja nur das Ende gesehen. Weil ich mir da währenddessen was zu essen gemacht habe. Da war ja was. Ich habe nur das zweite und dritte richtig gesehen. Wenn ich mich richtig erinnere. Dann fällt mir das im Chat natürlich auch nicht wirklich auf. Oh mein Gott. Geht mir das? Also reden wir doch von dem 114% Race, ja? Ja, das ist... Wenn die Leute darüber so geredet haben, haben die halt keine Ahnung. Weil T.D.L. selber gesagt hat, dass er den Run nicht vermittelt. Deswegen. Die Leute haben halt einfach wieder keine Ahnung. Zumindest hatte er... Teach das in seinem Stream gesagt. Zumindest habe ich das mitbekommen. Als jemand gefragt hat, deswegen. Ich weiß zwar nicht, was er da dann ausgenutzt hat, aber ja. Ach, weil die Leute halt Drama brauchen. Deswegen. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. Habe ich das gesagt? Ich kann mich daran nicht erinnern. Hey, immerhin noch Sub 35, aber kein Sub 10 Summit, furchtbar. Das Ende von meinem Summit war auch nicht so toll und teilweise zwischendurch auch nicht. 43 Tote. Ja. Aber meine Summit Splits in der PB sind halt auch echt fies. Das ist halt meine ILPB und ja, die ist halt doch relativ gut. Lass mich mal eben was nachgucken. Ja, das ist, wenn man halt auf, jetzt wegen dem 114% Run da, wenn man da mal aufs Leaderboard guckt, er hat seinen, den Run halt nicht submitted. Auch weil er schon selber gesagt hat, dass das nicht in Ordnung wäre. Ist halt. Die Leute brauchen Drama und dann kommt sowas dabei rum. Dann brauchen sie so viel Drama, dass sie das noch in irgendwelchen anderen Chats machen. Danke für die GGs. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte nicht auf die Nudel. Ich wollte einen neuen Save-Fall machen. Ich wollte nicht auf die Nudel machen, aber ich wollte nicht auf die Nudel machen. Eine Sache, was da halt auch immer zukommt, ist, dass die Leute das nicht raffen, nur weil er ja selber auch Mod auf dem Leaderboard ist und seine Runs so gesehen selber verifizieren könnte. Heißt das ja nicht, dass die da bleiben, wenn das trotzdem keine vernünftigen Runs werden. Es ist ja nicht so, dass er der einzige Mod da ist, ne? Wenn da mit dem Runner trotzdem was nicht in Ordnung wäre, könnte das irgendwer anders dann immer noch darauf zeigen, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist und dann entfernt das halt ein anderer Mod, ne? So, wenn man jetzt allgemein auch spricht, die Diskussion gab es auch schon oft genug. So, wenn man jetzt alle wieder nachdenkt, dass die Diskussion gab es auch schon eher nicht in Ordnung. Ja klar, wenn man natürlich der erste Runner ist, dann musst du das ja sowieso machen, aber es ist halt bei so einem großen Leader-Bot wie Celeste, wo dann halt auch noch andere Mods da ist, dann muss man das nicht unbedingt machen, aber es nimmt natürlich auch Arbeit dann für die anderen so gesehen raus. Weil dann müssten die anderen Mods halt den dann nicht noch verifizieren. Wie gesagt, es kann jeder sich den Run anschauen, ist ja alles mit Video, bei Celeste zumindest, alles mit Video. Dann kann immer noch jemand anders hingehen und sagen, da ist was nicht in Ordnung und dann wird sich das halt nochmal angeschaut. Ja, das wäre es schon. Leute haben ja auch schon rumgeweint, dass das denen zu lange gedauert hat, als es mal drei Tage gedauert hat, dass ein Run verifiziert wurde. Während SGDQ war und ein paar von den Mods halt da gewesen sind, dann klar geht das nicht so schnell, ne? Jetzt haben wir zwar noch ein paar mehr Leute da, aber trotzdem. Die Leute sollen halt mal ein bisschen geduldig sein. Die Leute sollen auch mal ein bisschen geduldig sein. und die Sache ist ja auch immer noch selbst wenn der jetzt nur ein Mod wäre, der seine Runs dauernd, klar, halt selber verifiziert, weil er der einzige Mod ist, aber halt seine Runs nicht in Ordnung sind, dann kann man sich ja auch immer noch an die Admins von speedrun.com wenden die gucken sich das ja dann auch nicht einfach nur an und lassen das durchgehen dann kommt der halt weg und dann muss das halt jemand anders machen ja, das wird auch irgendwann noch passieren dass ich mir einen anderen Run anschaue jetzt bin ich ja erstmal noch in einem anderen Turnier nicht wahr, da muss ich ja doch erstmal noch auch ein bisschen Any% Run besonders jetzt wo ich auch eineinhalb Wochen nicht wirklich gerannt habe, na muss ja erstmal Any% wieder da ist da nicht total einrostet was ich ja offensichtlich nicht getan habe, wenn ich direkt mit meinem ersten Run wieder eine Sub 35 mache würde ich schon sagen, dass da nicht so viel rostet außer Kapitel 3 vielleicht das war eben furchtbar aber irgendwann lerne ich schon noch eine andere dauert wahrscheinlich nur noch ein bisschen besonders weil ich dann halt auch wieder Kram lernen müsste und ich bin was das angeht ja doch immer relativ faul das war eben nicht so viel rostetig ist wenn ich auch noch etwas ähm, okay nein, meine Ausdauer war leer fuck okay 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 es war fast zu früh oh, komm schon verdammt es ist langsam oh mein Gott geh da hoch danke Madeline, bitte kooperiere doch mit mir das war knapp da war der letzte Dash irgendwie kein Hyper Dash ich bin einfach nur nach links gedasht aber ich bin einfach nicht ich bin einfach mal ich bin einfach mal Das war's für heute. Das war doch jetzt ein vernünftiges Ende und auch allgemein, das Kapitel war ganz in Ordnung. Nicht so wie eben der Run davor. Jetzt waren's auch nur drei Tode und nicht 17. Oh Mann. Oh, ich war zu hoch. Okay, dashen wir halt einfach so in den Raum rein. Okay. 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 Nagirl. Das war's. Das kommt, glaube ich, schon darauf an, wie gut du beides gleichzeitig kannst. Das ist ganz klar. Uh. Uh. Ich lese den Chat ja nebenbei, sonst würde ich dir ja gerade nicht antworten. Würde ich jetzt mal behaupten. Aber ich muss auf jeden Fall länger drüber nachdenken, wie ich was sagen will, sonst kommt da nur Grütze bei raus. Entweder das oder ich spiele schlechter. Nein. Das war so gut. Ja, wie Reverse Dash ist, das ist halt, du dashst erst in eine Richtung und bevor der Dash zu Ende ist, drehst du schon um und springst dann halt dabei auch, dass du halt dann doch in die andere Richtung weg springst. Es ist auf jeden Fall am Anfang auch befremdlich. einfach erst in eine Richtung zu dashen, nur um dann währenddessen doch noch in die andere weg zu springen. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass es halt auch weird ist, irgendwie. Aber manchmal ist das halt nötig, wenn nicht genug Platz da ist, um halt normal einen Extended Hyper-Dash oder Dash-Jump zu machen. Na komm. Oh. Oder halt Search-Skip, weil da so an sich nicht genug Platz ist. Ja doch, da ist dann halt auch nicht. Fuck. Nicht genug Platz für nen normalen Dash-Jump, um dann auch noch weit genug zu fliegen, ne? Oder halt nen Extended Dash-Jump. Kann ich jetzt das hier richtig machen? Den normalen Dash-Jump wird man in der Lücke schon hinbekommen und man wird auch rausfliegen. Man wird halt nur überhaupt nicht weit genug kommen, ohne nen zusätzlichen Dash. Ich war grad schon wieder zu langsam in dem Raum. Aber jetzt habe ich eben ein bisschen Zeit verloren in dem einen Raum da, ne? Was nicht so nötig gewesen ist. Äh, schon ganz hoch, ja. Das war zu früh. Machen wir das halt so. Muss ich halt beide Münzen selber berühren. Oh Gott, das war schlecht. Oh mein Gott. Was mach ich denn hier gerade? Einfach so wie immer. War doch jetzt nicht so schwer. Jetzt mach ich hier aber auch Unsinn. Oh mein Gott. Nein. Ah. 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 Diese Räume sind eigentlich nicht schwer. Oh wow. Das war... Das war etwas. Das war etwas. Ansonsten. Achso. Oh. Das war es so schön. Achso. Dafür machen wir jetzt noch mal einen Gold-Split. Warum denn auch nicht? Oh mein Gott. Geh weg. Ah, der Sieger war zu weit da drüben. Ich hätte nicht versuchen sollen, auf ihn draufzuspringen. Ups. Geh weg. Nein, 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 nein. Ich hätte nicht springen sollen, glaube ich. Oh mein Gott. Ich habe Theo losgelassen. Ups. Ah, komm schon. Okay, diesmal war der Tempel so die meiste Zeit furchtbar. Verdammt. Irgendein Kapitel musste ja noch mal voll in die Hose gehen, nicht wahr? Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ah, das war zu spät Um dann da schön drüber zu rutschen Ah, okay Ah, okay Oh, das hat mal funktioniert Also schön drunter her zu rutschen Einfach Das sieht immer cool aus, wenn das da mit dem Bumper klappt Ich glaube, es spart halt überhaupt keine Zeit Aber es sieht halt cool aus Das ist ja das Wichtigste, nicht wahr? Oh Oops Das sah sehr seltsam aus, wie ich da unter dem Block lang gedashed bin, ne? Weil der hat mich irgendwie runtergedrückt Aber dann bin ich doch irgendwie noch auf dem anderen Pass drauf gelandet und so Okay Das war's für heute. 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 Oh mein Gott. So bin ich doch eben schon gestorben. Oh mein Gott. So bin ich doch noch auf die Stacheln gefallen. Ah, okay. Daschen wir unter dem Streamblock her, warum denn noch nicht? Das war's für heute. Okay. Okay, daschen wir da halt auf die normale Art und Weise durch. Das war's für heute. Uh, knapp. Uh, knapp. Ich hab's einfach mal nach unten gedasht. Äh, okay. 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 Wow. Okay. 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 Bisschen früh gedasht. Drücken wir halt meinen zweiten Sprungknopf gar nicht. Sehr gut. Ja. Oh mein Gott, ich wollte nicht von der Wand abspringen. Ich wollte schon weiter hoch. Ah, okay. Ich wollte schon sagen, Wolke, ich möchte schon springen. Die Wolke wollte nur nicht. Das ist neu. Ich glaube, so bin ich auch schon ewig nicht mehr gestorben. Also neu ist es nicht, aber... Schon länger nicht mehr passiert. Können wir aufhören? Oh mein Gott. Flagge 13 schlägt wieder zu. Oh. Ahh. Haha. Okay. Oh mein Gott, wo ging der Sprung denn hin? Nicht dahin, wo ich hin wollte auf jeden Fall. Wieder eins haben, der länger als 10 Minuten war, furchtbar. Aber hey, der Run war besser als der hier vor 3 oder mit 18 Sekunden. 18 Sekunden besser als der Run davor. Sehr gut. Wir arbeiten uns jetzt langsam wieder nach unten, nicht wahr? Hallo Körnchen, schönen guten Abend. So, der Run jetzt gleich wieder einfach noch besser. Pass auf. Ha 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 ha. Kann ich auch. Lache ich einfach zurück, so. Oh. Hauen wir erstmal den Trigger. Oh. Okay. Verdammt. Das war kein neutraler Sprung. Das war überhaupt kein Sprung. Oh mein Gott, komm schon. Ich kann das. Ich hab das eben auch schon zweimal geschafft. So. Das war ein sehr unschönes Ende von dem ersten Kapitel. Naja, passiert. 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 Das war's. Äh, die da hätte ich auch noch ganz gerne. Ja, das war's. Ja, 1,54. Nehme ich. Ich bin gar nicht gestorben. Nehme ich auch. Ja, ich bin gar nicht gestorben. Oh, okay. War noch genug Lücken zum durchdashen da. Oh, okay. Sieht alles gerade sehr interessant wieder aus, was ich hier mache. Oh, okay. Oh, okay. Und schon mal ganz langsam die Bücher darunter. Warum denn auch nicht hoch? Bist du satt und hast Tee? Sehr gut. Was hast du denn für einen Tee? Sehr gut. Das wollte ich genau machen. Ja. Mich von, mich von Oshiro wegbringen und retryen. Das war der Plan. Das war's. So. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, ich war zu langsam Pfefferminzte mit Zitrone, uh Dann lass ihn dir mal schmecken Ah Warum? Das hat weh getan, schon beim Anschauen Weil ich da gestorben bin, ich bin nicht vernünftig durch die Tür durchgedasht und dann wollte ich halt die Cutscene, die da kommt, überspringen Aber da ich halt nicht in die Cutscene reingesprungen bin, hab ich mich selber umgebracht Weil ich ein kleines bisschen zu früh gedasht hab und dann einfach da stehen geblieben bin Das ist passi Das ist leider nicht das erste Mal Wenn ich lande, ja Ah, wenn ich walljumpe, nicht, nee Au Ups, auf die Sprungfeder wollte ich nicht Gehen wir ganz gemütlich in den letzten Raum rein, warum auch nicht? So ganz langsam War auch wieder gerade ein drittes Kapitel, was auf jeden Fall hätte besser laufen können Oh Blöde Ecke Noch ne blöde Ecke Oh mein Gott So ganz langsam Okay Das ist mir auch schon lange nicht mehr passiert Oh mein Gott Na geht doch Wir sind einfach gefallen Sehr gut Das sah sehr doof aus So sollte das eher aussehen So 好 Ja Das war's. Das ist nicht gut. Gehen wir nochmal in den Raum rein. Das war's. Okay. Kann man machen. Aber auch teilweise wieder sehr interessanter Unsinn war. Sondern das, wo wir einfach die Wand lang runtergefallen sind, weil ich zu früh nach rechts gedrückt hab. Vor dem Sprung. Sah sehr lustig aus. Okay. 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 Oh. Na, zu früh. Ein ganz kleines bisschen hoch. Und dann hätte ich mich gerade noch fast in den Tod gedasht. Sehr gut. Zu weit. Das konnte ich auch mal besser. Na, geht doch. Meine Tage, wo ich das dauernd First-Train bekomme, sind anscheinend auch zum Ende. Okay. Okay. Das war's für heute. Ups. Schon ganz die Wände hoch. Das wäre ganz praktisch. Hier gehen wir halt mal hier ganz unten lang. War zwar nicht geplant, aber es ist halt passiert. Oh, so knapp daneben. Jetzt die Kette ruhig die Münze noch direkt berühren können. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hab den Schalter nicht getroffen. Oh mein Gott, ich hab Theo einfach wieder in die Luft fallen lassen. Wieder unter diesem doofen Dashblock. Aber diesmal hab ich's überlebt. Ach, das ist doch eben schon passiert. Lass das doch. Ist doch Unsinn. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 FlexSkip klappt heute wieder echt gut, ne? FlexSkip klappt heute echt gut, ne? Da habe ich auch in letzter Zeit immer meinen Dash nie, dass ich dann nur langsam zu dem Bumper hinfliege, anstatt hinzudaschen. Okay. 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 Das war sehr früh wieder da rüber gedashed, um in die zweite Lücke reinzufallen. Könnte ich das sein lassen, dass ich fast meinen ganzen Kopf da in den Stacheln drin habe? Das wäre sehr toll. Okay. Wie stimmt's? Wie stimmt's? Wie stimmt's? Wie stimmt's? Oh, okay. Was mache ich da? Das mache ich sonst so nicht. Nein. Oh, okay. Oh, okay. Das habe ich nicht wirklich gemacht. Ich bin nicht hoch genug gesprungen vor dem Dash, verdammt. Okay, das war auch sehr langsam. Okay. 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 Ah ja, da komme ich nicht wieder lebend weg, ne. Ne. Oops. Das war's für heute. 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 Hey FC! Ooh! 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 Ja, aber die PV in City & Reflection ist... ...already nice, too, right? And then you will get a real PB soon, too. I know it. Almost sub 35, nice. Okay. 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 Yeah, playing consistent in Celeste for over half an hour is definitely not easy. To put everything together, then. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 I'm going to the bathroom real quick. I just let the credits roll during that. I'm going to the bathroom real quick. 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 And I'm going to the bathroom real quick. I'm going to the bathroom real quick. Just 10 or 20 runs more and I get a new PB, I guess. I'm going to the bathroom real quick. I'm going to the bathroom real quick. I'm going to the bathroom real quick. Or I'm going to the bathroom real quick. Or I'll just get a PB now. That would be great too. That would save 20 runs. Now we'll see. Thanks for the good luck. Thanks for the good luck. I'm going to the bathroom real quick. Oh. It's fine. I'm going to the bathroom real quick. Now we'll see. Oh, okay. Oh, okay. Ja, okay. Nehme ich. Ich habe 1,10 CD. Voll okay. Woops. Ich habe 1,10 CD. Ich habe 1,10 CD. Oh, my God. Medelid, please. Ich habe 1,10 CD. 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 Das war 2,10 CD. Das ist der dramatische Slowdown von dem Spiel dazu, ne? Puh! Das war gerade schon etwas, war mir, der Seeker war mir doch ein bisschen sehr nahe. Oh man. Und wie ich in den letzten beiden Kapiteln nicht immer mehr eine Minute Timesave habe zu meiner PV, das ist ja furchtbar, sehe ich gerade mal. Ich glaube, der wollte mich eher töten, der wollte mich definitiv nicht umarmen. Äh, okay. Hab die Feder noch erwischt, gerade so. Okay. 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 Yeah. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bin ich jetzt aber gerade sehr stark abgebremst, als ich da runtergefallen bin. Mehr als sonst. Das war nicht so cool. Ich sollte auch dashen, wenn ich den Kristall eingesammelt habe, ne? Und nicht einfach runterfallen. Das war auch Unsinn. Wäre schön, wenn wir aufhören könnten, an den einfachen Sachen zu sterben. Das war nicht so cool. Ah, verdammt! Na, so sieht das doch schon besser aus. Ich habe gesagt, können wir aufhören, an den einfachen Sachen zu sterben. Offensichtlich nicht. Das war fast zu früh, die Cutscenes zu skippen. Ja, na. Wäre auch langweilig, wenn man irgendwie an den schweren Sachen stirbt, damit man das vielleicht durch erstmal noch einfachere ersetzt. Ne, sterben wir halt direkt bei den einfachen Sachen. Gerade nach unten im Wasser dashen, das ist unmöglich. Oh, ich bin einfach nach unten gedasht. Okay, dann gehe ich halt doch oben rum. Ist ja okay. 等等. Heche. ... ... ... ... ... ... Oops. I don't know. Ich muss auch immer so nah an irgendwelchen dieser Stacheln in dem Raum langfliegen, damit das bloß schön knapp wird. Dann mache ich das immer weiter und bald fliege ich wieder irgendwo rein. Das sehe ich doch jetzt schon kommen. Zwar diesen Run nicht, aber bestimmt den nächsten dann oder so. Ja, leider nicht. Wenn ich es so richtig berühre, dann glaube ich das doch eher nicht. Habe ich schon oft genug ausprobiert, leider. Ich habe die Wand gar nicht berührt, das war neu. Da, ich bin leider nicht schneller geworden. Verdammt. Jetzt musste ich es ja doch nochmal ausprobieren, nicht wahr? Das ist richtig, ja. Aber das wollte ich ja überhaupt nicht. Das war ja nicht der Plan. Oh, ich habe eine Freundschaftsanfrage in Discord bekommen. Wer ist das dieses Mal, den ich überhaupt nicht kenne und nur irgendeinen Server teile? Ich habe sogar eine Nachricht bekommen. Dann wird es zumindest auf einem der Server sein, wo das wichtig sein könnte. Ich bin zumindest nicht auf vielen Servern, wo wir Leute einfach eine Nachricht schreiben können, wenn sie nicht auf meiner Freundesliste sind. Mal gleich nach dem Run nachschauen. Da war ich ein bisschen sehr hoch. Das war Unsinn. Uh, das war knapp. Bis zum nächsten Mal. Ah, das hat nicht ganz geklappt. Okay, das Improvisieren hat wenigstens noch geklappt. Die Schneebälle haben kooperiert, aber auch nur, weil ich gewartet habe. Wow. Das war nicht ein Dashly, den ich gerne wollte. Hallo Krealia-Chan. Hallo Krealia-Chan. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Und hallo, hey ho. Schönen guten Abend euch beiden. Und danke für das Glück. Für den Run wird mir das nichts mehr bringen. Aber ich nehme das Glück gerne für den Nächsten. Alles richtig sehr gut. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Da wollte ich hin, eindeutig. Dann versuche ich das noch zu retten und mache denselben Fehler direkt nochmal. Hätte ich mich auch gleich sterben lassen können. Das wäre denn wirklich schneller gewesen. Kein Door Skip? Ja, kein Door Skip. Das ist richtig. Sehr gut. Wieso nicht? Weil der mir nicht so sehr liegt und eh nur eine Sekunde sparen würde, wenn ich dabei nicht sterbe. Deswegen. Ich sterbe dabei noch zu oft. Und ich habe keine Lust das zu üben. Wegen einer Sekunde. Naja, naja. Ich weiß ja nicht. Dafür mache ich immerhin Double Bubble Skip. Auch wenn heute nicht so erfolgreich. Ja, kann. Aber... Dafür habe ich auch schon noch überall genug woanders Time-Saves, die ich dann erstmal nutzen könnte, wenn ich denn mal vernünftig spielen würde heute. Da kommt es auf die eine Sekunde auch noch nicht so sehr an. Theoretisch könnte ich das in Runs, die eh schon nicht mal mehr ansatzweise eine PB werden können. Trotzdem einfach mal aus Spaß versuchen. Aber hey. Vielleicht nächstes Mal. Hallo? Hey, Phoenix. They could be better, I guess. Everything between 34 and 35 minutes. So quite okay, but they could be better. Sorge einfach dafür, dass deine PB besser bleibt als die von Flair. Ich gebe mein Bestes. Ich weiß doch gerade gar nicht, was Flair-Bears PB ist. Okay, now I lied. Now, not all of my Runs today are between 34 and 35 minutes. Fuck. Irgendwas mit einer 33, ja, da bin ich ja noch. Dann ein bisschen von weg. Und ich müsste einfach mal eine neue PB bekommen. Meine Sum of Best sagt ja auch schon Sub 31, aber so spiele ich halt meistens nicht. 50 Tote. Ah. 50 Tote. Hm... ну... Und die Sum of Best. Ja! Michmate! Nein, Moment! Ist halt immer die Schwierigkeit, das alles zusammenzusetzen. Wir essen die 5 in den Toden? Die 5 was? In den Toden? Ach so. Oh, jetzt verstehe ich, dass da eine 0 steht. Das blöde ist, zweimal bringe ich mich mit Absicht um. Ne, ich sogar dreimal. Wird das schwierig werden? Einfach die 5 wegzulassen. Jetzt lass mich doch hier nochmal gucken. Ich kann doch eigentlich Double Bubble Skips. Es geht ja nicht, dass das heute mehrmals nicht klappt, bevor ich es schaffe. Das war schon mal nicht so gut. Jetzt will ich das eben mal ein paar Mal machen, dass ich das wieder drin habe. Ja klar, jetzt außerhalb von einem Run geht das natürlich wieder, ne? Gleich dreimal in Folge. 4. 5. Oh. Ich sag doch, ich kann das. Ich bin älter als du. Das ist sehr gut möglich. Ich weiß nämlich nicht, wie alt du bist. Aber du weißt ja jetzt, wie alt ich bin. Wie alt ich bin. Das bleibt ein Geheimnis. Das steht auch gar nicht unten irgendwo in meinen Panels drin, wann ich geboren bin. Nein. Das ist alles gelogen. Das steht da überhaupt nicht. Oh. Ich hab fast meinen Controller runtergeschmissen. Mist, du hast es auch rausgefunden. So ein Mist aber auch. Könnte das nur passieren. 93 Jahre, dann ist das ja nur ein Jahrunterschied, ne? Das ist ja gar nicht so viel. Ich hab gehört, wir machen noch einen Run. Waren ja heute jetzt erst 4. Ja doch, 4 hab ich schon gemacht. Reicht noch nicht. Alle guten Dinge sind 27. Genau. In 27 Runs werde ich eine PB machen. Ups. So, nochmal. Das ist gerade gar nicht passiert. Du weißt, dass du auch deinen alten Account hättest umbenennen können, ne? Du weißt, dass du ja gar keinen neuen der Stellen brauchst. Aber gut zu wissen. Bis sie erst heimlich unter einem anderen Namen schreckt ist. Jetzt ist es zu spät, ne? Jetzt ist es zu spät, ne? Das war ein sehr guter Spruch. Ich wollte direkt auf den Stacheln landen. Ja, so einfach funktioniert das ja auch nicht, ne? Du kannst ja einen Namen, der schon mal vergeben war, nicht direkt wieder benutzen. Sondern frühestens nach 6 Monaten, wenn dann der Twitch mal die Namensdatenbank aufräumt. Ja, so einfach ist das ja dann leider doch nicht. Ja. Okay. Da hat wahrscheinlich schon jemand anders den Namen, nicht wahr? Und kreativ sein ist aber auch immer so einfach, ne? Das kann ich auch sehr gut. Das ist einfacher als kreativ zu werden und sich was anderes zu überlegen, nicht wahr? Aber ich weiß auch, warum ich heute nicht gut spiele, damit ich die guten Runs für morgen übrig habe. Ist ja ganz klar, kann ich ja heute nicht raushauen. Ja, das stimmt, ne? Den ersten Teil hast du dir ja schon ausgedacht. Da brauchst du die zweite Hälfte ja nicht mehr überkreativ sein, ne? Sollen wir das mal einreden? Hey, in Races habe ich bis jetzt immer relativ gut gespielt. Dann finde ich, dann ist das schon eine plausible Aussage. Meine letzte PB ist ja auch immerhin aus einem Race. Gehe da runter. Ich bin ein bisschen sehr früh gedasht. Dann auch noch ein Corner-Fuck hinterher. Sehr gut. Schnell sein wollte ich ja eh nicht. Ich bin ein bisschen schrecklich. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen. So viel wusstest du schon. Sehr gut. Äh, ich komme etwas weiter weg von Paderborn aus gesehen. Genauer sage ich es jetzt. War ja schon relativ nah an Paderborn, aber doch auch irgendwie wieder nicht. Ups. Da muss ich jetzt aber auch mal fragen, wo du dann herkommst. Zumindest so ungefähr. Können wir die Cutscene skippen? Danke. Minden sagt mir auf jeden Fall auch was. Ja. Auch wenn ich die Richtung gerade so überhaupt nicht mehr einordnen kann. Warum springe ich jetzt die letzte Zeit immer da oben in die Ecke? Können wir das sein lassen? Das hilft doch auch nicht. Stimmt. Die Richtung war das. Ja. Okay, dann weiß ich jetzt wieder ungefähr, wo das ist. Das sah schön aus. So, durch die Tür durchdashen. Nicht zu früh, dass wir uns da wieder selber umbringen. Wo war mein Wallbound? Ich wollte eigentlich da nicht in die Dustbunnys reindashen, aber okay. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo ich noch stehen habe, dass ich in Nordrhein... Das steht unterm Stream auch, oder? Habe ich das da hingeschrieben, dass ich aus Nordrhein-Westfalen komme? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich weiß, dass ich sie irgendwo hingeschrieben habe, bestimmt mal. Steam. Gott. Steht da noch? Gut zu wissen. Nee, da stehen noch zwei Doppelpunkte vor. Die sind wichtig. Die sind wichtig. Ich hasse diesen Raum manchmal. Er ist so furchtbar. Sondern wenn ich mit dem Deathcycle arbeiten muss, dann muss ich dauernd warten. Dauernd ist zweimal, aber das ist schon zweimal zu oft. Ich warte sogar dreimal. Ja. Ich habe das hier. Ich habe das. Das ist ein wenig. Töne. Ich bin wieder viel zu hoch geflogen. Ich will da eigentlich durch die Lücke durchfliegen, aber... Ja, wenn ich bis zu der Wand hinkomme, ist das auch voll okay. Solange ich nicht einfach wieder runterfalle oder auf den Stacheln lande, ist das... ...vollkommen okay. Ups. Boah, manchmal gibt es halt so Zufälle, dass man so nah beieinander wohnt, ohne es vorher zu wissen. Kann ich von der Ecke abspringen? Danke. Sag mal, was mache ich hier eigentlich? Ich weiß es, glaube ich, selber nicht mehr. ... Das würde ich, wenn ich jemanden stalken wollen, würde er auch sagen. ... In die Stacheln wollte ich übrigens nicht. Das hat ja nicht allgemein nur damit zu tun, aber man wäre schon sehr blöd, wenn man das zugeben würde, ne? Das würde man, sowas würde man natürlich auch sagen, wenn man es nicht macht, aber halt auch, wenn man es machen würde. Wäre halt nur nicht so klug, das zuzugeben, ne? Äh, was mache ich hier eigentlich? Äh... Hallo? Einfach gerade nach oben, das ist nicht schwer. Was soll das hier heißen, das Stimmen? Oh Gott, ich bin total jetzt nicht mehr in dem Cycle drin, ne? Oh mein Gott. Warum ist das gerade so lustig? Oh Gott. 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 Bubble Skip jetzt gleich dieses Mal endlich wieder First Trial in einem Run. In einem Run. In einem Run. Oh, ich war zu weit oben. Na komm schon. Ich weiß, wie das geht. Ah, immerhin. Second Try. Na, immerhin. Na, immerhin. Dann ist es nicht so schlimm. Als wenn ich ihn gar nicht versucht hätte. Kommt das ungefähr aufs gleiche hinaus. Okay. 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 Gut, dass er den Block nicht kaputt gemacht hat. Kaputt gemacht hat, sonst wäre das noch mal schlimmer geworden, glaube ich. Oh, er hat aber immer die Münze getroffen. Nice. Sehr schön. Ich stehe nicht gerade sehr nah auf der Kante von dem Dashblock. Hallo? Oh, das ist gar nicht gut. Geh weg. Nein. Blöden Seeker. Das war elegant auf den Knopf draufgerutscht. Okay. Das war nicht der Plan. Gib mir Theo. Geh weg. Nein. Ah. Warum? Nee. Lass das doch mal. Okay. Ich bin zu früh gesprungen. Seeker war so langsam. Oh mein Gott. Das war mal ein Tempel. Mehr sage ich dazu nicht. Das war mal ein Tempel. Das ist alles. Das war alles. Ich bin zu früh. Das war alles. Ich bin zu früh. Und schätze ich. Ich bin zu früh. Bis zu früh. Ich bin zu früh. Ich bin zu früh. Sehr schön. Dann bin ich auch wieder nochmal ein bisschen sehr, sehr knapp dran lang geflogen. Wobei beim zweiten Mal bin ich einfach voll reingeflogen und nicht nur sehr knapp dran vorbei, dass es nicht mehr gereicht hat. Ach, Kevin-Blöcke sind schon toll. Das Geräusch ist halt immer noch toll. Äh, wo war mein Dash? Das Geräusch ist halt immer noch toll. Hast du den Clip zu den Blöcken schon mal gesehen? So zufällig mal irgendwo, wie der Sound entstanden ist. Äh, das ist... Was mache ich hier eigentlich? Ja, das auch. Und es gibt da halt auch einen Clip zu. Wenn du den sehen willst, dann brauchst du auch... Den hab ich hier als Commander. Dann brauchst du nur mal Ausrufezeichen Kevin eingeben und dann bekommst du einen Link dazu. Das zu sehen ist doch nochmal schöner als davon nur das Erzähl zu bekommen. Ich finde den Clip... Ich kann mir den immer wieder angucken. Ich finde das immer noch super. Ich finde den Clip... Ich kann mir den Clip... Ich bin mir den Clip. Ich bin mir den Clip. Ich bin mir die Clip. Ups. Äh, können wir das jetzt richtig machen? Das war zwar jetzt improvisiert, aber es hat funktioniert. Ich bin über sie drüber gesprungen. Wow. Wow. Wo war mein Dess? Woops. Ja, nicht wahr? Ja, das ist einfach super. Warum bin ich da gerade so tief lang geflogen? Ich kann halt... Oh mein Gott. Ich kann ja immer vom Glück reden, dass die Hitboxen alle so großzügig sind. Dass ich da dann so lang fliegen kann. Sonst würde ich so viel öfter sterben. Wahrscheinlich hätte ich mir das dann auch nicht angewöhnt, so nah an den Stacheln lang zu fliegen. Also wird es am Ende wahrscheinlich auf das gleiche hinaus kommen, aber egal. Sie sollte ich sie dich einmal göra. Oh mein Gott. Huh Gott. Oh Gott! Let's just launch 99 Sekunden von Л界 wie ich als Äuầnist. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh my Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich habe definitiv schon mal besser gespielt. 10 Tote. 10 Tote. 10 Tote. 10 Tote. 10 Tote. 11 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 Tote. 12 Tote. 12 Tote. 12 Tote. 12 Tote. 12 Tote. 12 Tote. 14 Tote. 15 Tote. Das war's. Ah, das ist gar nicht gut. Naja, ich hätte, glaube ich, direkt zurücksetzen sollen, weil ich keine Ahnung hatte, was ich in dem Moment jetzt machen sollte, um das noch vernünftig weiterzumachen. Da will ich halt überhaupt gar nicht erst rumschreien. Das war's. Oh, wo ist der Schneeball? Weiter oben. Okay. 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 Fast. So ist schon besser. Ich habe wieder kein Dorrskip gemacht. Wie kann ich nur? Da in die Ecke wollte ich auch nicht hin, aber hat ja doch noch funktioniert. Da raus zu dashen, ich hatte ja zum Glück noch einen. Okay, dann mache ich das halt so. Ach komm, ich war bis da oben an die Wand drangekommen. Jetzt mache ich auch nur noch Unsinn. Ist ja eh egal, nicht wahr? Ja, Bran ist ja eh schon tot. Erst da unten, das hätte auch direkt klappen sollen. Jetzt habe ich noch mal. Ach komm, ich bin ja schon tot. Ah, okay. Daschen wir halt einfach mal wieder in unseren Tod. Ah, okay. An dem Dash-Kristall hier, an dem ersten von dem Checkpoint, bin ich auch schon lange nicht mehr vorbeigedashed. Gott, der Rand ist schon wieder schlechter als der davor. Bei 10 Sekunden. Schrecklich. Hey, dafür bin ich einmal weniger gestorben. Ah. Heute spiele ich halt echt nicht so gut, zumindest für das, was ich eigentlich könnte. Ach ja. Es ist halt furchtbar, wenn ich noch über 2 Minuten Timesaves eigentlich habe, aber am Ende mit plus 2 Minuten rausgehe. Es ist die, das ist die falsche Richtung. Mit 2 Minuten. Muss ich ja schon sagen. Das ist nicht ganz das, was ich möchte. Danke für das GG. So, einer geht noch. Das wird jetzt der Run. Pass auf. Das ist nicht ganz das, was ich möchte. Untertitelung des ZDF, 2020 und sagen, wir müssen schon ganz in den nächsten Screen springen. Jetzt wird das nichts. Oh mein Gott. Eigentlich wollte ich da von der Wand abspringen, aber anscheinend wollte Madeline nicht. War ich wohl schon zu weit weg. Verdammt. Oh, komm schon. Ah. Mit dem ersten Kapitel läuft es heute auch nicht so rund. Zumindest jetzt die letzten Runs. Ich hatte heute auch schon gute erste Kapitel, aber die letzten paar waren, naja. Okay. Oh, geh weg. Da kam im Battle doch ein bisschen sehr nah. Äh, warum habe ich nach... Warum war mir gerade danach nach links zu dashen? Das war nicht immer nur aus Versehen nach links gedasht. Ich habe ganz genau gemerkt, wie ich in die Richtung unterbewusst dashen wollte. Warum auch immer. Ich habe die Münze doch eingesammelt. Sterben wir jetzt hier wieder mehrmal. Ne, wir sterben sogar früher. Ja, in sich mag ich es auch. Es hat halt Traumblöcke, ne? Traumblöcke sind halt voll cool. Auch wenn ich mich allgemein mit dem Kapitel jetzt gerade wieder sehr doof angestellt habe. So für meinen Standard. Dadurch sind die Traumblöcke trotzdem noch toll. Du meinst die Custom Maps. Habe ich auch immer noch nicht gemacht. Das gibt schon lange welche. Die Leute sind da schon ganz fleißig mit. Halt nichts Offizielles halt. Über den Modloader und dann halt... Was die Leute halt mit dem Community Map Editor halt erstellt haben. Die Tür hat mich nicht durchgelassen erst. Finde ich ja nicht so nett. Ja,, an dem Weiber. Ich bin nicht auf der Plattform gelandet, sondern auf dem Dust Bunny, verdammt. Ich glaube, die ganzen, der Mod-Loader und die ganzen Sachen, die sind bei Game Banana gehostet. Ich glaube, da haben die die ganzen Sachen hochgeladen, die fertigen. Außer sie haben das schon wieder gewechselt. Oh mein Gott. 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 Ich bin nicht auf der Plattform gelandet. Oh mein Gott. 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 Das war's. Nein! Oh, ich bin zu weit geflogen. Na, immerhin am Anfang des Raumes. Aber mit dem Death Cycle muss ich mich dann jetzt trotzdem rumschlagen. Fuck. Doch, da war schon wieder ein Cornerboost, den ich nicht wollte. Das passiert viel zu schnell. Wenn ich die gerne hätte, dann nehme ich die auch gerne, aber so random eher nicht. Oh, das war's. Okay. 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 Ups, das war zu weit. Das war's für heute. Verdammt, da wollte ich nicht hin, nee. Ich wollte schon in die nächste Blase fliegen. Na jo. Drei Minuten drei für das Kapitel, das ist doch voll in Ordnung. Das war's für heute. Ah, ein kleines bisschen zu früh hochgedasht. Schade. In Ranski krieg ich das jetzt echt nicht mehr First Try hin, wa? Blöder Skip, der eh fast nichts an Zeit spart. Äh, okay. Da wollte ich nicht hin, nee. Ich wollte schon gerade nach rechts fliegen, so wie die anderen Male auch. Das war ja jetzt schon ein bisschen doof. Naja, passiert. Nicht schon wieder so. Die Ecke ist, die sieht zwar toll aus, aber reindaschen hilft nicht. Auch nicht als Seeker. Ich weiß, was ich mit zwei Minuten und so. Ich weiß, was ich mit zwei Minuten. Oh mein Gott. Das war's für heute. Na, flieg weg. Braav. 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 Ach, wirklich? Du bist doch ein Mistvieh. Mach das doch nicht. Nein, geh weg. Nein, geh weg. Es ist auch immer schön, wenn ich da Theo kurz loslasse. In ihn dashen will, aber irgendwie nicht dashe, aber ihn dann halt direkt wieder fange. Das ist auch immer sehr seltsam. Hey, noch Sub-5-Tempel. Gerade so. Sehr schön. Das ist auch immer sehr süß. Ey, noch mal. Hey, das erste Mal, dass ich heute Lake Skip gefehlt habe. Und das zweite Mal direkt hinterher. Und das zweite Mal direkt. Und das zweite Mal direkt. Und das zweite Mal direkt. Ich hätte nicht dashen dürfen. Also nicht so früh. Ich hätte erst wieder da einfach runter herrutschen sollen. Und das zweite Mal direkt. Und das zweite Mal direkt. Aber das ist nicht gut. Ja, dann gehen wir halt hier lang. Gut, dass wir dann, wenn wir da lang gehen, auch ein Checkpoint bekommen, sonst wäre das nochmal furchtbarer geworden. Schon schlimm genug, dass wir nicht durch die zweite Lücke durchgefallen sind, weil ich zu spät gedasht bin, um mich da auszurichten. Okay. 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 Das war jetzt auch gerade mehr Glück als Verstand, dass ich da überlebt habe Das war jetzt nicht so gut, dass ich da überlebt, dass ich da überlebt, dass ich da überlebt habe Bye dann. Das war's für heute. 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 Oh mein Gott, komm schon, Madeline. Danke. Das war's für heute. Ah, das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. Und die letzten 30. Das war's für heute. 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 Verdammt. Verdammt. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, das war's für heute. Das war's für heute. Das war echt gut. Das Ende. Das war mal wieder ein Summit, den ich gerne öfter hätte. 8,56. Das ist schon... Das ist schon gut. Das sind auch nur ungefähr zwei Sekunden mehr als meine ILPB noch. Sonst sammelt nämlich immer wieder gerne. Wenn der Rest davor noch besser gewesen wäre teilweise, das wäre schön gewesen. Aber ja. 33,11 ist eine Zeit. Damit bin ich voll zufrieden. Gerade wenn man sich anschaut, was ich vorher alles für Runs hatte. Ja, der war jetzt fast genau zwei Minuten besser als mein Run hier vor. Und fast anderthalb Minuten besser als mein Durchschnitt, den ich ja doch heute etwas hochgezogen habe. Sonst sammelt immer wieder gerne. Und dabei bin ich da jetzt sogar noch dreimal gestorben oder so. Viermal. Also vier tot. Klar, ich bin fünfmal gestorben, aber ein Tod ist ja Absicht. Also viermal. Aus Versehen gestorben. Und zwar mal wieder nicht das Level mit den meisten Toten in dem Run. Reflection und das Hotel. Beide mehr. Ist auch schön. Ich habe als Todeszahlen auch nur zwei, fünfen und sieben. Andere Todeszahlen, die gibt es nicht. Gibt es nur zwei, fünfen und sieben. So ein Unsinn. Na komm. Das hat jetzt gerade lange gedauert, bis es aus dem Vollbild raus war. Ich glaube, sechs Runs für heute reichen dann auch erstmal wieder, ne? So. Jetzt gehe ich die Kurve meiner Zeiten, die ich gerannt habe, jetzt runter. Das heißt, die nächsten beiden Runs in dem Race mache ich dann noch besser. Ganz eindeutig. Wer es noch nicht mitbekommen hat, morgen Abend um 11 Uhr habe ich den Race in dem Celeste Any%-Turnier von der, von GSR. Habe ich gerade gesagt, um 11 Uhr abends oder habe ich nur morgen gesagt. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe mir selber nicht zugehört. Auf jeden Fall morgen Abend um 11 Uhr. Auf twitch.tv slash speedrun. Sind die Races dann. Da werden die restreamt. Oder überhaupt gestreamt. Hier gibt es ja dann gar nichts zu sehen, weil wir bei denen noch auf Extra-Kanäle streamen unseren Kram. Könnt ihr nicht mal hier gucken, wie meine PB aussieht. Wie ich gegen meine PB runne. Da seht ihr nur das, was da zu sehen ist. Aber das ist voll in Ordnung. Ah ja, für heute war es das dann erstmal. War noch wieder ganz schön heute Abend. Und wie gesagt, morgen Abend das Race. Und ansonsten hören wir uns hier Dienstag wieder mit Mal gucken was. Entscheide ich dann wieder spontan. Ansonsten wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Abend. Und eine gute Nacht. Und bis dann. Tüdelü.